Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Bauernkrapfen nach Inwirtler Artikel. Bauernkrapfen nach Inwirtler Art sind in Oberösterreich vor allem zur Faschingszeit und an Kirtagen und bei Festen sehr beliebt. Die herausgebackenen Krapfen, mit Marillenmarmelade gefüllt und mit Staubzucker bestreut, lieben groß und klein. Für 20 Stück werden folgende Zutaten benötigt. 1 kg Mehl Type 405 100 g Zucker 150 g Bauernbutter Notfalls Margarine 300 ml Vollmilch 2 Würfel frische Germ oder 2 PKC Trockengerm Prise Salz Weitere Zutaten Aprikosenmarmelade Inländerrum optional Puderzucker zum Bestreuen Folgende Utensilien werden benötigt Küchenmaschine mit Knethaken oder Handrührer mit Knethaken mit einer Rührschüssel Mehl sieb Schüssel 1 Esslöffel Tasse Fritteuse oder Kochtopf Schaumkelle Küchenpapier Zubereitung Das Mehl in die vorgewärmte Schüssel sieben und eine Vertiefung in die Mitte drücken. Hefe zerbröseln und mit dem Zucker in der Mulde vermengen, mit 1-3 der lauwarmen Milch übergießen und das Dampfel-Helfevorteig zugedeckt an einem warmen Ort für ca. 30 Minuten gehen lassen. Das Mehl nach der Gehzeit mit dem Dampfel mischen, den Zucker, das Salz, die restliche Milch, verquirlte Eier und die geschmolzene Butter zugeben. Den Teig kräftig, seidig glatt abschlagen und weitere 30 Minuten gehen lassen. Etwa 7-8 cm große Kugeln formen, auf ein bemehltes Brett legen und nochmals 30 Minuten gehen lassen bis sich das Volumen in etwa verdoppelt hat. Die Kugeln in der Mitte sehr dünn ausziehen. Dabei darauf achten, dass der Teig nicht einreißt. Außen sollte sich ein Teigring bilden. Fett in der Fritteuse erhitzen und die Bauernkrapfen nach Inwirtlerart von beiden Seiten, freischwimmend, goldbraun frittieren. In der Zwischenzeit die Marillenmarmelade mit dem Rum optional glatt rühren. Mit einer Schaumkelle die Krapfen herausheben und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Am besten noch heiß die Mitte mit Marillenmarmelade füllen, mit Staubzucker, Puderzucker bestreuen und servieren. Als Beilagen eignen sich Schlagsahne oder Vanillesahne, Kaffee, Tee oder heißer Kakao. Diese Varianten gibt es. Die Bauernkrapfen nach Inwirtlerart mit anderen Marmeladen füllen. Knieküchle Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Knieküchle 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 Knieküchle